Die australische Polizei hat am Donnerstag dieses Video einer Überwachungskamera veröffentlicht. Es zeigt eine Frau in einem Vorort von Melbourne, die auf den Schienen steht. Nur durch die Hilfe von einer Person und herbeieilenden Sicherheitskräften kann sie vor einem einfahrenden Zug gerettet werden. Nach Angaben von örtlichen Medien soll die Frau stark angetrunken gewesen sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017